Oh mein Gott! Alter, ich muss mal wieder meinen Finger entspannen. Könnt ihr mal bitte aus meinem Blickfeld gehen? Aus deinem Blickfeld? Nein, ich meine aus meinem... Alter, ich muss mal kurz hier meinen kleinen Finger beruhigen. Alter. Oh, ey. Alter. Das ist richtig schlimm. So, kleiner Finger wieder im Einsatz. Let's go. Das hört sich irgendwie falsch an, oder? Ja. So ein bisschen, ne? Daniel. Mach keinen... Mach keinen Fehler. Oh, oh. Ich hab den Traum schon bereit. Das ist eine einzige Sorge. Ich auch. Dafür würde, glaube ich, nicht nur einer fliegen. Ich hol mal den zweiten raus. Das ist so mein letzter Versuch einfach. Und der ist so spannend. Boah, wie ich am Zittern bin! Ja, das ist ja schlimmer als Slenderman zocken. Das ist einfach nur Druck. Ja, den würde ich gerade gerne mal ablassen, ey. Ohne Scheiß. Ich zerstöre gleich, wenn ich das nicht schaffe, die ganze Map, ne? Oh, ja. Boah, mein Finger! Ich gucke gar nicht nach oben, wie weit das noch ist. Boah, ich bin gerade voll im Flow. Das ist nicht mehr weit. Das sind jetzt noch drei oder vier Sprünge. Dann bist du an einem schweren Sprung. Sagt ihm nicht, dass er schwer ist. Nein! Ja, der ist nicht wirklich schwer, aber er ist komisch. Boah, das ist doch so scheiße, ne? Ich bin wieder unten. Daniel, nicht runterfallen, ne? Ich glaube, dann werde ich ausgeschlossen. Aus der Adventure-Map-Aufnahme. Es ist nur für Profi-Spieler. Hast du auch gelesen am Anfang. Fortgeschrittene, boah. Ja, wir fortgeschrittene. Achso, hast fortgeschrittene gesagt. Ich habe gerade fuck this shit verstanden. Fuck this shit? Okay. Oh mein Gott! Alter, ich muss mal wieder meinen Finger entspannen. Alter, was machst du denn? Ja, ich kann diese Säule einfach nicht entspannt hoch. Alter, das hat gerade geknackt. Einfach nicht entspannt. Bist du denn so übelst am Reindrücken? Boah, ja! Wenn ich so eine Tastatur hätte, wo die, ähm, bei den meisten Tastaturen sind... Alter, okay. Ab zur nächsten Challenge. Alter, ihr Spacken, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ganz am Anfang von der Map. Echt? Ich sag, da jetzt einfach gar nichts zu, was passiert ist. Scheiße, Blair kann not be found. Okay, also hast du jetzt aufgegeben, oder? Ja, ich schreibe noch auf. Ich habe jetzt zwei. Challenge 3. Oh, Challenge 3 ist nur mittelleicht. Mittelleicht? Was? Ja, leicht, nicht schreibe. Ja, leicht, nicht schreibe. Wtf, es gibt mittel? Es gibt leicht? Es gibt mittelleicht? Was gibt es nicht? Ich schied leicht, schrägstrich. Willkommen. So, Game Mode 2. Schrägstrich. Alter. Schrägstrich. Wie bin ich denn hier? Das dauert ja voll lange, hier überhaupt mal rauszukommen. Scheichtig. Okay. Challenge 3. Diesmal Rackthöhle gebaut von... Ich schmeiß mir den Stick of Two's wieder weg. Na. Aber los? Ja. Alter, voll grün. Lauf. Och, ne. Das ist ein Vierer. Niemals. Äh, nicht schon wieder Vierer-Sprünge. Am Anfang vor allem. Boah. Daniel, ich sehe nichts. Boah, danke. Bitte. So, damit du auch mal einen kleinen Vorsprung... Nein! Den kann man hier irgendwo... Ich gehe erstmal die ganze Mepl an, ob man hier cutten kann. Nee, kann man nicht. Oh, ich weiß, wo das Ende ist. Das ist nicht weit. Oh mein Gott. Das kann richtig spannend werden. Das ist nicht weit bis zum Ende. Ja, der Sprung um die Ecke ist crazy. Das ist aber noch nicht mal annähernd weit bis zum Ende, ne? Boah, ey, wie der einfach nicht springt dann. Spring. Boah, nee. Also der erste Sprung ist jetzt nicht so... Nicht schon wieder Vierer-Sprünge. Wann ist denn an den ersten zwei Sprüngen schlimm, Leute? Ich mach die hier instant. Boah, nee, Mann. Ähm, ihr kennt doch die Sprünge, wo man... Wo ein Feld frei ist unten und dann nur, äh... Also, dass man gegen die Wand... Gegen die Decke springen muss, um drüber zu kommen. Ja. Ja. Viel Spaß gleich. Den mag ich nicht. Okay. Wenn da nur einer ist, ist das sau easy. Ich hab geschafft. Also bis zum Checkpoint. Niemals. Ich bin jetzt gerade in so einem großen Raum. Mann, dann springt der nochmal. Okay, kriegst du einen fünften. Alter, der cheatet doch. Das steht 0 zu 5 zu 2. Der cheatet hart. Ich sag's euch. Dat war intelligent. Dat geile ist, die sind gerade voll viele Kisten. In einer waren schon... Ja, hier sind überall Nettersterne drin. Wie viele? Alter, ich krieg dich nästlichen Sprung um die Ecke nicht hin, ne? Wie viele hast denn du jetzt? Neun, oder wat? Ja, neun. Ja, von mir aus, um das gerecht zu machen, dann geb ich dir deine 3. Habt ihr echt welche getauscht? Alter. Ich hab was hier gegeben aus Mittler. Hat er behindert, oder so. Hier ist ein langer Gang, aber... Boah. Nix. Boah, ich hab wieder Feelings. Ich spiegeln 100. Nein! Loll. Äh, wenn ihr es geschafft habt, ist das... Hier ist die Map schon zu Ende. Wat? Ah, ne, doch nicht. Ich spiel mit 120 Frames wieder. Ich bin wieder geil. Aber hier ist so eine Kiste mit Netterstern drin. Aber da kommt... Ey, dieser Sprung, ne? Und da sind ganz viele... Hörst du mal bitte aufzulabern. Ich brauch Concentration, ey. Scheiße! Das ist doch jetzt wirklich voll einfach, da. Warte, ich glaub, ich weiß nicht, wie man den Ecksprung macht. Den hab ich grad gemacht. Imi, mach ich nur die einfachsten, einfachen Challenges oder direkt, weißt du? Daniel, du kannst ja auch nix. Ne. Ha, 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 ha. Hast du mir in den Bruder gesagt? Ja, hab ich, hab ich auch gesagt. Mach! Okay, wenn du da durch bist, hast du das geschafft. Oh Gott, warte. Das ist nicht so schwer. Ich werd da verkacken. Oh. Ja, das ist nicht so schwer. Also die Sprünge, wo halt einer Entfernung und über dir ein Dach ist nicht schwer. Ja, bleib mal eben kurz im Raum stehen, wenn du nicht geschafft hast. Ja! Warte mal, ich geb dir deine drei wieder. Wolltest du nicht, dass du das weiter bist? Ja. So, damit das ja gerecht ist. Oh ja, danke schön. Boah, ne. Da war ich schon wieder so voller Elan. Wie ich immer der Letzte bin. Du kannst aber vergessen, dass da noch irgendwo welche drin wären. Aber warum hab ich jetzt acht? Hab ich schon alle geholt. Und das geil ist, hier sind zwei Truhen von vier, wo drei Meter sternen drin sind. Aber am Ende ist also eine große Truhe, wo man dann diese kleine Challenge geschafft hat. Und da ist nur einer drin. So voll scheiße. Muss man hier runter, oder? Und dann da einen Gang entlang. Ich mach dir grad weiter oder was? Nein, nein. Hier geht es eigentlich noch ein Gang entlang. Ich muss auf die Toilette kommen. Am Ende des Ganges. Ja. Da war nur einer drin, das voll scheiße. Gut. Och, ne, finde den. Ja, finde den richtigen Schalter. Die nächste Challenge. Voll gut und so. Okay, äh, Game Mode 1. Wo ist denn hier mal unser kleiner Danger? Danger? Ja. Danger. Dangerous Danger ist das. Hä? Boah, ich hab erst gedacht, dass ich das nicht schaffe, mit den Einer-Sprüngen. Das ist denn an den Ringern schwer. Ich weiß, ich bin da die ganze Zeit am Verkacken. Aber die um... Ich hab das vorhin beinah verkackt, ne? Ja, die um die Ecke, die finde ich nicht leicht. Ich bin da hängen geblieben. Es regnet. Es regnet, ja. Deswegen lag ich da. Ich bin an der Ecke hängen geblieben, aber ich war nach oben. Nein, nicht im Spiel. Achso, okay. Ich bin genau an der Ecke hängen geblieben, an der Wand und war nach oben. Das war mein Glück. Hallo da, Anja. Mein Reel-Life-Leg, es regnet. Echt, bei mir regnet es nicht mehr. Aber uns ist gerade angefangen. Bei mir ist gerade alles wieder gut. Bei mir geht die Sonne wieder auf. Es regnet, weil es regnet. Ja, eben. Nee, dann hab ich immer für die Frame-Einbrüche. Stell dir vor, sollten... Ja, ich back hier ein bisschen fest, ne? So gefällt mir das. Daniel, äh, alle müssten so wieder auf ihn. Naja, ich hab wenigstens... Was gibt's denn heute hier? Ich will wenigstens der aufnehmen und hab die Action hier im Screen. Stimmt, wenn du der bist, der als erstes schafft, wenn du der Pro bist, der wäre der voll langweilig. Ja, deswegen schaff ich das nie als erster. Ich hätt das eigentlich... Der hat auch was extra. Aber dann macht das mal jetzt, dann macht das jetzt. Der will nochmal so'n Trank rein. Nein, ich hab halt Probleme mit dem um die Ecke da. Der ist eigentlich easy. Nein, da wo einer... Wo über dir kein Platz ist. So. Der hier ist voll easy. Okay. Da kannst du eigentlich... Nee. Ist nicht so schwer, finde ich. Ich hab das mit Sneak gemacht. Ich bin da um die Ecke gesneakt. So. Ja, aber das geht doch nicht, wenn über dir kein Platz ist. So macht man die, wenn da Platz ist. Nee, da schaffst du auch, wenn du keinen Platz hast. Aber trotzdem hab ich auch Sicherheit, da bin ich ja gesprungen. Also so, ne? Und dann häng ich da meistens schon wieder... Ich häng da schon wieder dran fest. Guck mal, er ist schon wieder hier. Mal gucken, ob er es schafft. Alter, er hat geleckt. Ja, ja, klar. Ich hab Videobeweis, ne? Ich hab Videobeweis. Ja. Oh, wie geil da im Regen ist. Ja, hör ich. Mach mal Toggle Down. Echt jetzt? Nee, das geht nicht mit Sneaken. Ich hab's mit Sneaken gemacht. Geht ja nicht. Ja. Ich hab hier dauernd, sobald ich springe, Legs. Und sobald ich nicht mehr springe, ist das auf 120. Okay. Also während ich springe, geht der einfach mal so auf 25 runter. Hm. Danke, Minecraft. Bidee. Ich guck mal, macht ein Texture Pack wirklich so viel an der FPS aus? Ähm, würd ich sagen. Auf jeden Fall so ein 128er. Ja. Ich hab nur ein 64er. Auch schon. Nö, find ich jetzt nicht. Alter, bist du am... Boah, sieht halt ohne Scheiße aus hier. Boah, so bist du die ganze Zeit gesprungen. Boah, der kann's ja gar nicht spielen. Was ist los mit dir? Ich spiel Minecraft eigentlich immer ohne Texture Pack. Boah, die Tränke kommen wieder. Boah, jetzt riecht er mich aber langsam auf. Keine Angst. Du willst sie nicht aufgeben? Warte, das geb ich nicht auf. Echt mal, gib mal auf. Oh, entleckt immer, wenn ich springe. Ja, dann mach. Warte, das aufhören. Vielleicht liegt er dann in dem Wasser. Boah, ey, stell dir vor, hier unten wär kein Glas. Ja. Das wär noch schlimmer. Ja, dann muss man ewig immer fallen. Ey, Slashkill. Ja. Boah, das ist doch viel zu einfach. Ist wieder Spielverderber hier. Spielverderber. Ja, macht voll Spaß zu sterben. Ja, Mann. Ist was gegen Sterben, oder was? Ja, tut man ja, wenn man Slashkill ein... Oh, das war dumm. Eingibt. Oh, Mann. Guck, was haben wir denn hier noch so? Kann einfach nicht wahr sein. Komm, der Cake... The Cake is a lie. Willst du jetzt einen Kuchen hinlegen, oder was? Ja. Guck. Der Kuchen ist eine Lüge. Oh, ja. Alter. Ich kann den gar nicht essen. Ich kann dir ja Hunger machen, Alter. Wo ist der Hungertrank? Ich geb' nen Hungertrank. Na. Oder? Alter, es riecht mich hardcore auf. Sag mal. Na, t' ma'am. Der Kuchen. Ach, der Kuchen. Hätt' ich so was sagen müssen. Hätten wir den wieder weggekommen. Ja. Wie er ruhig ist. Boah, kippt die Scheiße einfach auch noch. Ich will wissen, welche CD das war. Hä? Achso. Das ist die. Boah, ja, Musik. Das ist voll der Plan. Scheiße. Scheiße. Oh, ja. Dies ist der Hintergrund zur Musik. Zu der Reportage. Da ist'n der Platzspieler hingespielt. Hingespielt? Äh, weiß ich nicht. Wenn du mal weiterkommen würdest, als den zweiten Sprung, würdest du wissen, wo der steht. Ich komm' gerade noch nicht mal zum Zweiten. So, ich hab' den jetzt versteckt. Spaß mit euren Trinken. Ich hab' Spaß mit euren Trinken. Ich benutzt doch keine mehr. Achso. Stefan denkt halt, denkst einfach, dass das halt noch lustig ist. Der hat den fast gesehen. Ja. Hab' ich wenigstens was zu tun, anstatt die ganze Zeit rum zu... Wie gesagt, ich mach' das nur, damit ich heute ne Aufnahme zu tun hab. Oh, man kann Feuer haben. Soll' ich das mal mit Ansage jetzt schaffen? Okay. Warte, ich muss die magische Mies-Moschelle noch machen. Du schaffst das beim übernächsten Mal. Mach' damit Ansage, ich schaff' das jetzt.